moin moin meine lieben leute und willkommen zurück hier zu einer weiteren folge luigi's menschen für die switch und jetzt haben wir den guten könig im spuk schloss besiegt gehen direkt weiter auf etage 7 ins ökohaus bin ich immer gespannt was uns im ökohaus erwartet die weglassen was wir machen können die früche was im fahrschild auch gibt aber anscheinend gibt sie gar nicht eine blume als zeiger diese niedlichen kleinen details somit wenn es hätte man auch immer gleich aussehen lassen können aber die sich gedacht wir machen es immer ein bisschen anders und das war jetzt wirklich nur zufall ich dachte ich mache die bilder mal nicht schlecht gleich schon so ein ding gefunden also war ganz schön viel blumen haben hier okay nachfragen noch als ob die dann irgendwann antworten würden wie okay das ist ein bisschen größer ja wie cool so easy heute mal glauben wir natürlich dass sie sie ist noch mal ganz schnell gemacht und warum lässt du den fallen oh luigi du trottel der gärtner luigi ist ja so easy gewesen für uns na gut jetzt ist nicht mehr easy jetzt müssen wir die ganze scheiße scheiße hochlaufen danke luigi na gut ach was für ein fieser spinner gemeinde typ ja das bin ich aber perfekt perfekt und perfekt aber cool Will ich mal rein? Da ist noch die Schranktür Ist noch irgendwas drin? Geld, wenn nicht Aber was wichtiges sein können, ne? Da kommt Luigi rein Los, Luigi Rutsch mal durch Kannst du nicht, doch jetzt Die ganze Winde da Hä? Aber es muss ja irgendeinen Grund geben, warum ich da hoch kann Da ist Luigi durch, ne? Gehen wir da hoch? Was muss es ja geben da? Hm Ah, deswegen Gut Sehr gut Alles Da gibt's ja anscheinend nicht Da ist noch eine Tür hier hinten irgendwo Na guck Dass man die Karte hat Na klar Blöde Blume da 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 Andere Richtung Da 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 Du kommst auch her Mann 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 Da 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 kann Luigi rein Da 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 Hinten rauszukommen Wohl auch nicht Da Und Da 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 nicht durch von der einsatz anderen okay aber da war doch noch eine truhe da unten wie kommt man da hin ist nicht durch ich sehe da eine truhe seht ihr auch mal da jetzt geht hier weiter was geht hier gar nicht weiter doch kann man durchgehen ok sehr gut nichts da liegt schließe aus die ananas barträger sollte man nicht trauen oh gott das macht uns ein ananas monster ok luigi da hochgehen ohne abgetroffen zu werden das geht nicht ah warte mal möchte ich hier einsaugen ne da muss man vielleicht also muss man das timing einfach noch haben wahrscheinlich ne ach so dazu der gartenzwerg oder den dorn da kann ich längst ich lerne ja noch wie wir dornen weg machen können das geht nicht so danach aus ist das papier aber hier ist doch sonst noten dran aha wie gibt es denn überall hier die noten nennt man gerade hier aber warte mal da gibt es doch hier schon auch einen noten nicht hier längst aber dann vielleicht von draußen ist das und hinter den noten dran nee hier ist nicht wirklich ein knoten dran mal rein gehen mal die spielung mit hd aber nicht Mist da hinten ist so ein drehding da hinten ist so ein drehding warte mal fuigi fuigi kann glaube ich auch nichts machen hä diese bank hier die stört die kriege ich auch nicht weg ne ähm ähm irgendwas warte mal ist hier noch ne tür ne kann ich es auch nicht wegbringen da muss ich auf jeden Fall was da muss ich auf jeden Fall irgendwas machen diese stornigen Wurzeln versperren den Weg vielleicht gilt es das Problem an der äh Wurzel zu packen hä hä entschuldigung was ich damit eigentlich sagen will ist folgendes packe die Wurzel am untersten Ende wenn du dort ziehst vertrocknen sie sie sicherlich aber dazu musst du das unterste Ende erstmal freilegen ok also sie ist ja dann bei der Toilette da drin gewesen und die ist wahrscheinlich hier in diesem Ding drin aber wie kommen wir da rein ist die Frage vielleicht müssen wir mit vereinten Kräften das machen warte mal das hier auch nicht was hier diese Bank das ging da hinten wollen wir das zusammen machen also das ist doch die das ist ja wahrscheinlich das Ende von der Wurzel würde ich behaupten müssen wir nochmal unten runter längs gehen glaube nicht ok ok wo kann das denn sein ok das darf man nicht mein Pümpel hält daran nicht obwohl er eigentlich daran halten sollte oder die Wurzel ist hier drin definitiv aber die Wurzel ist hier drin definitiv aber das hier hinter dem Blätterhaufen vielleicht irgendwas ist aber anscheinend ist er nicht da ist doch irgendwas da ist doch irgendwas da ist doch irgendwas ich will irgendwas so beleuchten kann mit diesem Superschein Scheint nicht. Ah. Gut. Was machen wir da? Also ich weiß nicht. Das können wir nicht. Können wir damit die Toilette zertrümmeln vielleicht? Obwohl, warte mal. Im richtigen Winkel, das macht. Aha. Wurzel ist frei. Super Luigi. Gut, geht weiter. Und raus hier. Ach, na klar. Ah. 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 alles schnell okay da sieht nichts wieder und erst mal freisaugen seine blätter bekommen das können wir gar nichts machen der haut ums Blatt hier wir müssen erst mal die Dinger von seinem Gesicht fest haben, sonst sieht er uns hier nicht er ist ja frei aber gut, dass wir Knochen haben gut, dass wir Knochen haben und wir haben sein Gesicht befreit, das ist schon mal perfekt gut, dass er den Knochen ist und uns frei möchte Dankeschön jetzt können wir ihn besiegen hinter ihn kommen hinter ihn kommen jetzt ich weiß, dass ja, das war's gut na gut war doch nicht zu einfach sein das Spiel ne komm hier durch oh 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 immer beschimpft seitdem oh 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 natürlich geht's da nicht längs naja, wir müssen durch das habe schon gedacht warum auch den geraden Weg wenn es Umwege gibt ne hier ist das ein Schrank, payout den Schrank drauf da remains drin element lá kann ich nicht d morten aber hier ist ein blick blitzding aha gar nicht text als change von massaker aber ich habe schon auf die andere sachen benutzen klar Komplett durch Luigi, eine mächtige Waffe, Luigi. Oh, das macht ganz ganz Wett-Schrott. Oh, das hat sogar eine Kiste runter. Wie ist das denn? Ja, wow. Perfekt, wir fangen jetzt hier durch, oh warte mal, wir machen das ganze Mobiliar kaputt hier. Boah, das hat Spaß gemacht. Okay, das hat nicht so viel Spaß gemacht. Hey Luigi, hol die Motor-Säge. Oh, clever. Gute, gute Spielansätze hier, ne? Okay, ein paar Melonen. Wow. Sie blockiert einfach mal die Tür, die Melone. Ransaugen kann ich hier noch nicht. Eine kleine nicht. Das ist eine kleine. Und dagegen schießen? Hm. Aber warte mal, können wir die Motor-Säge mitnehmen, hier reinnehmen? Oh mein. Wir testen mal. Ne, kann man nicht. Schade. Das wäre natürlich cool gewesen. Kann man nicht? Okay. Soll ich mir was anmachen? Hier wahrscheinlich auch nicht. Das ist eine... Na da. Okay. Okay. Kann man Luigi rein? Of Luigi, sorry. Wie ist dieser? Wie ist dieser? Für mich. Und jetzt habe ich es ein bisschen, nicht? Schade. Was ist das? pornography. Wirklich. Ach, das war genau. Ich dachte, ich könnte hier irgendwie, ob ich noch irgendwas so machen kann. Da, okay. Jetzt ist da ein Rohr gepflegt und vielleicht Wasser andregen. Das war jetzt auch nicht die Intention von mir. Was kann ich denn machen? Das ist glaube ich nichts in der Sache. Soll ich den Arm mit abschießen? Toilette vielleicht hier? Vielleicht die Toilette. Okay. Oh nicht. Die Toilette kann man zumindest zerstören. Jetzt raus. Noch mehr aufdrehen? Was bringt nichts, ne? Hä? Da ist auch nichts zu reparieren oder so. Was soll ich denn machen? 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 Vielleicht? Okay. das ist wenn ich mein ernst ich will ich hier noch machen kann Das ist unmerkwürdig. Irgendwas unten hier übersehen. Guck mal nach unten. Guck mal was hier unten übersehen. Klappt nicht, ne? Kann ich nichts mehr wegsaugen. Ist das mit Wasser anmachen? Das halte ich für eine sehr gute Idee. Aber es läuft ja sozusagen nicht über. Und Luigi? Was ist denn weg? Der Flügel. Können wir hier auch noch was anmachen? Also das Übel liegt natürlich hier dran. Ich glaube hier, es muss kaputt gemacht werden. Aber die Frage wie. Vielleicht können wir jetzt... Warte mal. Guck du den mal? Guckst du auf den auch? Guck dir aber auch nicht, ne? Ich glaube, dass wir vielleicht gemeinsam das kaputt schrotten müssen. Hm. Was können wir tun? So. Vielleicht können wir den... Können wir den mit unserem Pümpel... Können wir den mit unserem Pümpel wegschießen? Vielleicht. Hab ich gar nicht darüber nachgedacht, ne? Tum um. Okay. Guck mal weg. Dann kann ich den Dings jetzt trümmern hier. Oh, scheiße. Ich wollte ja eigentlich da gegen die Toilette ballern. Geht auch nicht, ne? Okay, das war natürlich dumm. Äh. Aber kann ich die auch wegnehmen? Aber warte mal. Kann ich Luigi da nicht helfen? Oder so. Oh Mann, Mann, Mann Blöde Affe, komm her Wunderbar Oh, yes Fangen wir durch Ja Da oben ist das Das ist doch nicht mehr so weit weg Naja, ein bisschen ist es noch Ah Da nicht Ah, warte mal Aha Sehr gut Haha Ich bin jetzt hier auch nach oben Ich bin jetzt hier auch nach oben Oh 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 Natürlich noch mal rein Da kommen wir nicht rein Okay Irgendwie anders rein, komm, warte mal Warte mal Warte mal Oder so komische Pilze Oh Ich würde sagen, eine Etage höher Wir sind schon beim Boss Machen wir hier eine Pause Nein Wir machen einfach weiter Quatsch Wir sind auch schon oben fast, ne Oh 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 Riech Huh Hm Oh Oh Ah, okay Ich bin jetzt noch ein Stern, wie ich sehe Und das ist der Spacko Der Gärtner Oh 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 Okay Jetzt weiß ich, wie ich da reinkomme Oh Oh Okay Oh 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 Nochmal ein Weg längs Als gedacht Oh 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 Ok Luigi, da kannst du ja nur hinkommen, wenn du irgendwo ein Rohr findest, wo du durch können. Frage wo das sein kann, das Rohr? Finden wir schon noch. Hier geht es nicht weiter, da müssen wir noch mal oben wieder. Na los roll. Komm ich nicht hin wegen der blöden Pflanze? Komm auch nicht längst. Na gut, aber ich glaube wir haben auch genug gemacht für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe wir sind beim nächsten Mal dabei und bis dahin, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.